So, hallo und herzlich willkommen zurück bei Sunset Overdrive. Wir nehmen uns mal diese Riese Abrissbirne vor, würde ich sagen. Voll hilfreich. Dann gehe ich wohl in den Park und suche nach den Schlüsseln. Vielleicht habe ich auch ein Date. Alles klar. Hey, 4Kim. Sam nervt nicht zu sehr, oder? Jetzt nicht mehr. Er wollte meine Hand halten, also habe ich meinem Judo-Abzeichen alle Ehre gemacht und ihn in den Würgelgriff genommen. Klasse! Aber schon ihn ein bisschen. Ich habe das Gefühl, dass er nicht besonders viel Erfahrung mit Frauen hat. Seitdem ist er der perfekte Gentleman. Er hat mich ausgeführt und mich seinen Freunden vorgestellt. Er hat mir sogar ein bisschen C++-Programmierung beigebracht. Wow! Lass mich bitte zur Hochzeit ein. Ich liebe kostenloses Essen. Halt! Was? Hm, Picknick. Okay, ich bin an der Picknickstelle. Entweder wurde der Kranführer zerfleischt oder er ist zum Odin mutiert. Verflucht. Ich brauchte Schlüssel zum Kran. Mit etwas Glück ist er zum Odin mutiert. Töte ein paar von denen. Vielleicht hat ja einer den Schlüssel. Geht mal was, ich brauchte. Ein Pisco-Boss. Geräusch! 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 chief MICHEBAS Oh. Sieh! orage! Naima! Das war's für heute. 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 Okay. Mal im Ernst. Was hältst du von Sam? Irgendwie erinnert er mich an die Schildkröte, die wir damals in der vierten Klasse hatten. Eines Tages lesen wir sie im Meer frei. Dann fanden wir heraus, dass es eine Süßwasserschildkröte war. Erzähl Sam diese Geschichte lieber nicht. Und... Ich sollte das auskosten. Wann komme ich schon wieder dazu, Sachen mit einem Kran platt zu machen? Oh. Oh ja. Mal sehen. Was kann ich zerstören? Oh Mist. Das waren anscheinend Overcharge-Paletten. Und jetzt wimmelt es hier gleich von ODs. Genau, wir sehen, dass du da drin warst. Und dass ich hier in einem verdammten Kran sitze, muuuh. Ha 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 ha. Ich sollte die ODs lieber packen, bevor sie zu poppern werden. Ja haaa! Ja haaa! Ja haaa! Da ist er her. Da ist er her. Da ist er eine Kran-Kran-Kran-Kran-Kran-Kran-Kran. Oh, Lambr. Ich würde das Obo-Schloss haben. Ich würde das Obo-Schloss haben, aber ich würde das Obo-Schloss haben. 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 Ja. Pot $ arrogance St. Ich sollte das Obo-Schloss haben. Ich gehe zu Half Damit, um irgendwann zu treffen. Wayeller-Get step $ Ms. Es gab kein Besuch. Das ist eine Pause. Ich mache noch Brühlcreme voran. Vielen Dank. So, weiter geht's. Was ist daraus geworden? Ähm, soweit ich mich erinnere, ist er niemals aufgetaucht. Wo hast du diese Notiz gefunden? Du lügst, Norden. Was verbirgst du? Wie kannst du es wagen? Ein Truppenführer lügt nie. Wenn du mich jetzt entschuldigst, ich muss mich um wichtige Truppenangelegenheiten kümmern. Triff mich bei Headcat Steiner. Ich glaube, Vorkim könnte in Gefahr sein. Auf dem Weg! Das war noch für den Haukameraden. Geht nicht. Ich kann vorher... Alter, schonmal... Uah... ... 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 Ich bin so weit. Ich bin so weit. Hallo? Not schon. Oh. 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 Hier oben. Na eil dich. 4Cam ist gerade los. Sie meinte die Rauchssignale beim Bahnhof könnten von Brillcream sein. Aber ein paar Scalps sind nach ihr da rein. Du musst da hoch. Warte hier. Ich kann vor Kim nicht erreichen. Ihr Telefon ist tot. Hoffentlich ist die okay. Sie hat bestimmt ihr Handy abgeschaltet. Oder sie ist genervt von deinen Nachrichten. Ist sie wenigstens bewaffnet? Immer doch. Sie hat einen Baseballschläger mitgenommen und ein Buch, in dem steht, wie man Knoten macht. Guck mal aus Mädchen. Ich bin unten im Bahnhof. Hier trägt sich eine ganze Legion Scats herum. Oh. 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 Dann wurde das Caro eingreifen. Ja. Oh. Jönschen, oder? Hey, äh, bist du das bei uns? Ja, das bin ich. Definitiv. Gut, mach weiter so. Du lenkst sie ab. Ich verstecke mich hinter einer Mülltonne. Die Scabs verlassen den Bahnsteig. Ich muss versuchen, Brüllcream zu retten. Kannst du ihn sehen? Nein, aber der Notruf kommt von dem Zug am Bahnsteig. Er hat sich in einen Zug verwandelt? Ich gehe rein. Warte, ich bin fast am Bahnsteig. Mach nichts Dummes. Das ist mein Job. Ja, sei vor, Kim, vor. Sie wollte sich den Zug ansehen und hat sich seitdem nicht mehr gemeldet. Wahrscheinlich ist sie durch. Was? Jetzt seht sie ja noch, aber das finde ich erst heraus, wenn ich es auf dem Bahnsteig schaffe. Dann beeil dich, schnell! Ich bin oberst, ne? Noch höher. Falle? Falle! Bösen? Okay. Was ist los? Nicht wirklich. Brüllcream ist nicht hier. 4Kim ist mit einer Gruppe Scabs in einem fahrenden Zug befangen. Ich, Ryan auf den Schien, verfolge den Zug und werde mit Bomben bebochen. Okay. Mach weiter. Wow! Ich muss hier runter. Okay. 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 Oh, scheiße. Oh, Gott. Okay. 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 Sorry, ich muss jetzt ein bisschen überziehen. Ich bin jetzt auch nicht. Diese Düsen sehen instabil aus. Mit ein paar Kugeln kann ich sie vielleicht hochjagen. Ich muss die Düsen treffen. Dann wird der Zug gebremst. Heilige Scheiße! Bis später, ihr Spacken! Eine weniger Zeit. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Hast du da was mit zu tun? Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Eigentlich habe ich keine Ahnung. Vielleicht ziehst du lieber in den Trümmer nach. Oh, Gott. Na, hallo zu diesen Baby. Scheiße. Ich glaube, ich habe irgendwie so die... Oh, oh. Oh. Oh, oh. Ich muss den Zug vor der Straßensperre anhalten. Komm schon, komm schon, explodieren! Oh, das reicht! Ruralcreme ist in einem Müllwagen, aber Sie wissen nicht, wo... Ein Müllwagen? Das Abfallbeseitigungssystem ist automatisiert. Die Laster sind mit GPS ausgestattet. Komm zurück zur Basis. Ich kann vielleicht herausfinden, wie man die Müllwagen orten kann. Okay, gut, bin auf dem Weg. Warte, wie können wir mit Sam kommunizieren, wenn keiner von uns ein Telefon hält? Oh, du weißt doch. Technologie. Technologie? Wir sollten jetzt nicht auf irgendwelchen Ungereimtheiten in der Story rumreiten, okay? Äh, meinetwegen. Ich gehe jetzt zur Basis und bin dann plötzlich verschwunden, wenn du wieder steuern kannst. Nix dagegen. Ist auch gar nicht schräg. Okay, dann hätten wir das Auge erfolgreich geschafft und ich würde sagen, wisst ihr uns einfach beim nächsten Mal wieder, hoffe ich. Und dann bis dahin. Adieu.